Und da bin ich auch wieder. Wie ihr gesehen könnt, habe ich mir vier Fische gefangen. Die sollten jetzt eigentlich ausreichen, um uns ein paar Kästchen zu verschaffen. Ich muss mich nur mal gerade erinnern, wo genau das war, aber ich denke mal, das sollte nicht so schwer ausfallen. Soweit ich weiß, haben wir uns das letzte Mal hier am Rand lang getastet. Sollte auch diesmal eigentlich wieder ganz gut funktionieren. Weil die sind ja da unten am Wasser rumgesprungen. Bzw. sind in den Wald gelaufen, aber von da sind sie dann zurück. Irgendwo dahin, bzw. dahinten oben. Und da werden wir jetzt auch mal direkt wieder suchen gehen. So, wir gehen jetzt einfach mal hier ganz stumpf rein. Sammeln noch ein Ei auf dem Weg und kriegen eine Textnachricht auf dem Handy, die ich jetzt leider, leider, leider nicht anschauen kann. Sobei, Moment. So, Ocelot. Ocelot. ... Ich spiele dir ein Lied. Soll dich beruhigen. Du bist nicht allein in dieser Welt, komm mit mir, ich zeig dir den Weg. Ich kann ja absolut nicht singen, aber das ist ja gerade mal egal. Ich soll mich ja eh keiner ernst nehmen wie hier, also von daher. Da sind keine, da auch nicht, da unten sieht es auch schlecht aus. Weil ich sind letztes Mal hier hoch geraten, soweit können die doch irgendwo jetzt hin kratzen. Natürlich sind die weit gekommen, die Frage ist nur bis wohin. Ah, Janna Jones wäre sauer auf mich. So, und dann sei, hoch und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Oh, hoch und hoch und hoch. Hm... Jetzt mal wieder ganz oben auf. Aua... Hm... ja das sollte ich lassen und ich soll mal wieder was essen so mein brot hier drin so haben wir alles da ich frage nicht wo die sich rumtreiben letztes mal ist hier einer von mir weg gerannt in wald aber das ist nicht deren natürliches habitat das ist extrem schade das ist auch schlecht aus da kommen wir richtung alaska da habe ich auch keine hoffnung was zu finden eigenartig eigenartig aber sie sind ja allgemein richtig schwer zu finden die viecher wo hätte ich jetzt gern mal zwei davon oder 1 1 wird mir schon erstmal ganz reichen Hauptsache kühe im wald das ist doch hmm 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 otzi 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 wer soll ich hier mit fisch anlocken otzi 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 was sollen das mensch für mich aber jetzt siehst du was angerichtet hast nicht toll gar nicht toll komm raus der lecker sand fisch zu essen ist auch wunderbar so hoch und machen uns die wege selbst so dass denn schaufel mit tatsache oh 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 sie sie Creeper So, wo ist Azi? Hoch So, wo ist Azi? So, wo ist Azi? Warum folgt es mir denn nicht? Hm. Komm her. Na komm her, ich tue auch nichts Böses. Nicht weglaufen. Nein, nicht in dem Wald. Ach Mann ey. Ja, dann mache ich jetzt hier erstmal den Schnitt. Ich baue mir hier ein kleines Versteck hin. Verdammt, kleines. So. Unerkannt. Und sage dann bis zum nächsten Part meine lieben Freunde. Ciao, ciao. 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 để in fühlen�, Untertitelung des ZDF, 2020